Welcome to Cronys YouTube Channel, leave your like! Umrechnen und verliert da leichtes Gefühl für. Euro, weiß man, hat man jeden Tag in der Hosentasche. Hoffentlich. Und äh genau, Camplink ist natürlich ab 18. Nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und wir schauen mal, was wir hier heute aufmachen. 350 Euro haben wir pro Video. Okay, die sind aber auch günstiger, genau. Die hat nämlich einen Dollar, hat die 180 gekostet, statt 200. Und da würde ich jetzt aber auch mal eine aufmachen. Direkt zum Anfang, direkt reinknallen. Yalla, rein da. Danach hoffen natürlich, dass Case-Opening-Battles noch stattfinden. Aber, oh, die Clock Fade wäre es gewesen. Die ist Katastrophe. Die ist Katastrophe. 102 Dollar. Das ist not good. Ach komm, wir machen noch eine auf. Wir machen danach mal ein paar Upgrades. Es muss ja mal laufen. Kurzes, knackiges Video. Aber hoffentlich mit einem Haufen... Ey komm, das ist so ein Scheiß. Das kannst du keinem erzählen. Alter, Alter! Das ist noch schlimmer als das andere. Viel, viel schlimmer. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall 150 Euro pro Bruch. So, die sind eigentlich ganz nice. Probieren hier mal irgendwas zu reißen. Ey komm, bitte. Nicht so ein Video. Ich habe gedacht, ich mache mal kurz ein kürzeres, knackigeres. Aber trotzdem hatte ich natürlich gehofft, dass wir hier ein bisschen was haben. Wenn es so weiter geht, dann müssen wir hier gleich nach zwei Minuten Schluss machen. Wir haben jetzt schon 250 minus. Wir probieren es jetzt noch zweimal. Ansonsten haben wir halt das komplette... Okay, okay, okay. Wir haben 75 wieder zurückgeholt. Wir gucken jetzt aber auch mal kurz, wo wir jetzt aktuell stehen. Wir stehen aktuell bei 1279. Okay, okay, okay. So. Holy, freehand. Holy shit, das sieht auch geil aus. Wir machen mal ein bisschen weiter. So, komm. Es wird nochmal das. Es war jetzt zweimal links. Jetzt kommt zweimal rechts. Okay, sehr gut. Jetzt kommt wieder zweimal links. Boah, wäre ich jetzt confident? Äh? Schau mal. Wäre ich jetzt confident? Würde ich natürlich das Messer hier nochmal rerollen. Das lassen wir aber erstmal. Alter, guckt euch was. Ey, diese Kackwaffe ist so viel wert. What the fuck? So, die ist auf jeden Fall nice. Genau. Jetzt kommt wieder zweimal links. Wir riskieren. Ach, komm. Ach, komm, ey. Einmal Profit gemacht. Ne, zweimal haben wir jetzt Profit gemacht. Boah, die Sunset-Song haben wir euch früher für 20 Dollar gekauft. Da gab es welche ohne diesen Typen hier. Da war, glaube ich, eine Sonne. Und welche mit diesem Typen hier. Die wurden irgendwann auch rausgenommen und neu gemacht. Komm, wir wollen den Chinesen. Jawoll! Jawoll! 1200 irgendwas waren wir vorher. Wir müssen jetzt schon auf 1300 kommen. Das wäre natürlich absolut Killer. Hier, so ein Lore. Das will noch zu uns. Andere Seite. Rein da. Wo ist der Upgrade heute? Mann! Es kann nicht sein, ey. Ey, ich weiß auch nicht. Ich habe heute echt gedacht, wir riskieren mal viel. Mir war klar, dass wenn es in die Hose geht. Oh, wir sind gerade Plus Minus Null. Wir sind Plus Minus Null. Wir können noch ein entscheidendes Battle machen. Entweder wir haben jetzt 100 Minus oder 100 Profit. Mir war klar, dass das Video katastrophal kurz werden kann. Aber, ich habe gedacht, es kann natürlich auch schön ordentlich reinknallen, ne? Hätte auch sein können, dass... Ey, ich bin gleich so tilt. Ich bin gleich so unglaublich tilt. Hätte auch sein können, dass wir hier ordentlich Plus machen. Wir machen das eine jetzt noch. Ey, das ist so das Ding, was ich hier gerade mache. Aber ich will jetzt hier nicht mit einem... Oh Gott, ich wäre so tilt. By the way, sowas solltet ihr nie machen. So irgendwie so durchdrehen und so weiter. Ich habe natürlich auch im Hinterkopf, dass ich einmal was gewinnen will. Und zweitens, bei den anderen Deals läuft es ultra krank. Deswegen kann ich es mal riskieren, ne? Sollte man aber niemals tun. Ist absolut dumm, was hier passiert. Ohhhh... Lecker, sind wir jetzt overall im Plus? 1200 irgendwas waren wir? 1300, okay. Wir haben natürlich trotzdem Minus, weil wir hier die Sachen ausgegeben haben. Aber... Upgrade mäßig sind wir jetzt wenigstens mal im Plus. 1300, ist das das letzte? Okay, komm. Das ist das letzte. Links oder rechts? Wir haben ein Blitz-Upgrade. Blitz-Upgrade. 3, 2, 1. Ohhhh... Naja, Freunde. Was soll ich sagen? So kannst du auch gehen. Ey, Kacke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis bei der Man-Town-1200. Scheiße. Eins, Haube.